ja vielen dank für die nominierung an aha mode trends das war eine coole aktion von euch wir haben auch unseren weg gefunden uns in unserem ganz normalen ablauf abzukühlen und den würden wir euch gerne auch mal zeigen beispielsweise verwenden wir jetzt nicht mehr unser wagen gerät um die dichtigkeit der uhren zu prüfen sondern verwenden jetzt einfach richtiges wasser ist dicht und eine schöne abkühlung unsere optiker haben auch den weg gefunden sich beim brille putzen zu erfrischen ja selina ich habe hier wieder meine sonnenbrille zu reinigen willst du mir helfen natürlich gerne wunderbar wieder klare sicht perfekt diesen außergewöhnlichen service bieten wir natürlich auch unseren kunden an darf ich ihnen die brille noch mal mit einer kleinen erfrischung sauber machen für unsere akustik kunden noch überlegt wir bieten jetzt einfach nur hörgeräte reinigung mit einer kleinen erfrischung und sozusagen der kopfwäsche an wir haben besonders gern natürlich dann noch beim eis gemeinsam haben wir zwei eisdelen müssen auch gerecht werden von daher strengen wir uns an unsere spende über 100 euro an die kinderkrebshilfe ist unterwegs und wir haben uns überlegt wir legen des weiteren einen euro drauf für jede person die sich bei uns im laden eine spezielle brillenreinigung abholt und machen lässt wir nominieren das team von haut und haar des weiteren nominieren wir die zahnarztpraxis martin und dann gehört dass die azubis der sti group aus lauderbach sich ebenfalls über eine nominierung freuen würden allerdings muss die spende fairerweise auch ebenfalls an die kinderkrebshilfe schlitz gehen falls ihr nicht innerhalb von fünf tagen jetzt schafft auch ein video zu posten erwarten wir von euch jeweils ein kasten bier eine flasche sekt und natürlich die 20 fürstchen